Es blinkt doch jetzt. Es ist vielleicht zwei, drei Weißfliege. Warum? Der braucht vielleicht zwei, zwei, drei. Ja. Ja. Auf Spielfeld eins, Herr Hattel-Arb, Peter Scheffert in Wolfs Niemann. Spielfeld eins. Sehr gut. In Formel, er ist ein Doppel-Arb, Egger, Hütter mit Bär, Dögel und Kling. Fah! Ja. Das war jetzt der, ähm... Vielen Dank.